Boah. Na gut, das sollte uns, also, äh, sollte nicht alles zu schwierig sein. Pass, äh, aufgepasst, Nick. So, wäscht die Ha- äh, Fachfrau. Also, alles, was du tun musst, ist erstmal, die Robbe ins Wasser zu legen. Ungefähr so. Eins, zwei, drei, und schnapp, äh, nee, schwupp. Moment mal, waaas? Robbe wurde gefangen. Was? Waaas? Und, siehst du etwas, Maya? Das ist es ja, ich seh nichts. Ja, eben. Gut, du hast es ja schon gesagt. Waaas? Das erinnert mich wieder an meine Lieblingsszene aus Tanz der Vampire. Ja, und er saß neben mir auf dem Bett, und im Spiegel war sein Spiegelbild nicht zu sehen. Ach, das hätte ich gern mit eigenen Augen gesehen. Ja, aber man sieht ja nichts. Ich konnte es nicht glauben. Ich starte das Wasser im Brunnen fassungslos an. Aber, die Robbe war tatsächlich verschwunden. Mitten im Brunnen. Bye, Robbe. Oh. Wie haben die denn die wiedergefunden? Sie können sie ja trotzdem noch berühren. Sie hat sich aufgelöst im Wasser. Die war gar nicht zum Unsichtbarmachen. Wasserlösliche Robbe. Selbst wenn nicht, würde ich an Phoenix Stelle jetzt einfach sagen, schau mal, hier ist die Robe, Herr Richter. War einfach nur so ein, irgend so ein Stück Fetzen so, und dann einfach wegwerfen. Ja, haben sie sauber gemacht, ist verschwunden. Genau, wir haben sie nicht mehr, sie ist verschwunden. And it's gone. Verteidiger. Oh, Verteidiger. Was soll all dies bedeuten? Wie konntet ihr einen derart wichtigen Beweis verlieren? Euer Ehren, es war keine Absicht. Ich glaub, ich wünschte, ich wüsste, was da passiert ist. Ich weiß es nicht, die Robbe ist einfach so verschwunden. Zurück ins Meer. Durch den Brunnen. Das ätzende Brunnenwasser hat sie komplett aufgelöst. Ich bin mir nicht sicher, wovon ihr redet. Ich kann die Robe immer noch sehen. Crops an die Entwickler. Schau, sie ist doch dort. Seht ihr? Ach so, jetzt seh ich das auch. Nein, nein, Frau Dorner, es gibt sie wirklich nicht. Ich seh sie wirklich nicht, weil es nichts zu sehen gibt. Funktioniert das also so? Wenn man, äh, wenn die Robe, wer die Robe anzieht, wird komplett unsichtbar. Aber es scheint, als könnte nur Frau Dorne die Robe selbst sehen. Äh, Robbe. Äh, nicht nur ich vermag sie zu sehen. Alle Bewohner des, äh, Burgeswaldes, sie alle können die Robbe sehen. Der Burgeswald. Es klingt wie so ein immaginäres Tier. Was? Welches? Die Robbe... Spirit Animal. Ja. Der Burgeswald. Unser Dorf liegt tief im Herzen des Waldes, in einer Welt, die ganz anders als diese ist. Oh, Gott. Dort ist meine Heimat. Solange wir das... ...des Landes achten, dürfen wir dort im Frieden leben. So ein Aborigine-Reservoir. Ich wusste es. Etwas an Bella ist auf jeden Fall anders als im Vergleich zu den Bürgern dieser Stadt. Einstweilen. Once upon a time. Doch nur die Angeklagte, die Robe sehen kann, werden wir diese wieder mit Mehl bestäuben, damit sie für alle sichtbar wird. Hoch! Upsi. Ja. Ich komme der Nacht zur Gerichtshaktin zugefügt. Macht den Träger unsichtbar. Angewendet von unsichtbar. Nur für Burgeswaldbewohner. Jo. Aber... Da ist immer noch diese eine... Sache, die mich beschäftigt. Ähm, Miss Dorner. Eure Robbe wurde im Mittelgeschoss des Glockenturms gefunden. Dort hielt sich auch meine Mandantin auf. Doch ihr habt euch letztlich im... obersten Geschoss des Glockenturms versteckt. Was rumpelt denn da draußen? Ist das ein Laster oder wird es hier... Das sieht eigentlich gut aus. Erdbeben in Berlin? Erdbeeren? Oh, lecker. Ich will auch nicht. Moment. Ich schätze mal, das ist ein Hubschrauber. Ne, Hubschrauber klingt doch bestimmt anders. Ihr habt vorhin gesagt, dass ihr die Robbe fallen gelassen hattet. Nein. Aber ich frage mich eines. Was genau wolltet ihr eigentlich dort oben? Oh. Es scheint ganz so, als ob wir noch eine Vielzahl von Fragen an die Zeugen haben. Was? Was hängt? Was ist eure Meinung, Groß-Inquisitorin Gloria? Keine. Frag doch einfach nochmal. Will dich jemals heiraten? Es ist die Pflicht der Inquisition, der Weisung des hohen Gerichts in diesen Angelegenheiten zu folgen. Ich erhebe keinen Einspruch. Was? Wollern, Säugen, seht dies als Aufforderung an, mit eurer Aussage fortzufahren. Erzählt uns, was passiert, nachdem ihr in diesem Tower geschlichen seid. Bist du dem schrecklichen Verbrechen heute? Ja, das kann ich tun. Ja, das ist richtig. Günter. Günter. Zeugenaussage. Ich wartete im Mittelgeschoss des Turmes. Ich begann, mich umzudrehen. Doch es war zu spät. Ich wurde plötzlich attackiert und konnte nichts tun. Der Angreifer ergriff meinen Arm und hielt mir den Mund zu. Oh. Oh. Und womit denn? Mit seiner Robbe. Rabenkeulen. Als ich darum kämpfte zum Kommen, ich glaube, ich habe meinen Angreifer etwas entreißen können. So Mike Tyson-mäßig, oder? Seine Robbe abgebissen. Jetzt kann er sich die Robbe nicht mehr keulen. Dann verlor ich das Bewusstsein, als ich aufwachte, äh, danke, befand ich mich neben dem Glockenturm in der Glockenstube. Eine Glockenstube? Eine Glockenstube? Äh, Zeugin? Scha, Zeugin? Wollt ihr damit sagen, dass euch jemand angegriffen hat, als ihr euch im Glockenturm aufhieltet? Ja, das will ich damit sagen. Günter. Aber wer? Und warum sagt ihr das erst jetzt? Jemand hat gefragt? Ich weiß es nicht. Ich wurde hinterrücks angegriffen. Deshalb konnte ich niemanden erkennen. Hm, ihr wart also die ganze Zeit danach bewusstlos. Deswegen konnte ich meine Mission nicht erfüllen. Doch selbst wenn ich bei Bewusstsein gewesen wäre, hätte ich nichts tun können. Empfangen dort oben. Hm, ob Bella wohl mit diesem seltsamen Apparat, den wir dort gefunden haben, zur Glockenstube gebracht wurde? Ich sehe zumindest keinen anderen Weg, wie sie sonst dort hätte landen können. Ihr hört die Worte der Zeugin. Sie war in der Glockenstube des Todes eingesperrt. Mit anderen Worten, sie kann mit den heutigen Ereignissen nicht in Verbindung gebracht werden. Darum sehe ich keinen Bedarf, diese nutzlose Befragung fortzuführen. Nicht so schnell. Ich sehe schon einen Grund. Warum? Darum! Die Zeugin hat auch ausgesagt, dass jemand sie heute Nacht angegriffen hat. Vergelliger, are you implying that this Rangra for a Kana gefessen sein could? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, euer Ehren. Trotzdem bittet die Verteidigung darum, die Zeugin weiter ins Kreuzverhör nehmen zu dürfen. Ich habe einen Hammer und ich werde ihn benutzen. Zum Robbenhauen. Die Robbenknüppelsaison ist eröffnet. Die Bitte... Die Bitte wird gewährt. Wohlan, Defender. Ihr könnt nun in Oracross-Examination beginnen. Mein Name ist Phoenix. Phoenix, nicht Wohlan! Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Bam, Chico-Wawa! Dann schauen wir mal, ob wir die mysteriöse zweite Hexe aus ihrem Versteck locken können. Kreuzverhör! Die Ereignisse in der Glockenstube. Mittelgeschoss, um mich umzudrehen, doch es war zu spät. Ja, ich glaube, das ist okay. Konnte nichts tun. Armen ergriffen und Mund zu. Ich glaube, entreißen würde ich mal angreifen. Warte mal. Den Anhänger. Ja, ja, aber ich weiß nicht. Ich würde es erst mal angreifen, sicherheitshalber. Okay. Was genau konntet ihr eigentlich entreißen? Ich war immer noch recht benommen, deshalb kann ich mich nicht genau daran erinnern. Doch, als ich meine Hand nach oben rüffte. Es war so weich und etwas haarig. Ach, das erinnert mich gerade an diese eine Reportage. Hitler hatte nur ein Ei. Mit nur einem Ei kann man nicht ficken. Wir finden das Ei. Wir finden das Ei. Doch, als ich meine Hand nach oben riss, konnte ich ein kleines Bundes-Aufgleich. Und der Täter sagte dann, Ich habe es wohl unbewusst. Zerrissen. Der Gegenstand, was immer ist, war, wurde schnell. Hm, das klingt ganz so, als könnte dieser Gegenstand etwas sein, dass der Anreiz an sich hat. Oh, mein Kiefer tut mir schon weh vom Lachen. Oh, ich heule. Das ist betrücklich. Ich heule. Oh, mein Kiefer tut mir. Oh, mein Kiefer tut mir. Ich heule. Ich heule. Ich heule. Oh, mein Brustkorb, ey. Alles tut mir weh. Dann mach weiter. Wer stellt sich freiwillig zurück? Zeit für die Gegenüberstellung. Welcher ist es? Ich frage mich wirklich, was es war. Ich denke, es wird... Okay, ruhig dich. Sie würde die Form wiedererkennen, wenn sie sie vor sich sehe. Alles gut.